Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Weg für die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens CETA ist endgültig frei. Am späten Abend stimmten die EU-Mitglieder dem Vertrag mit Kanada zu. Nach einer tagelangen Hängepartie hatte zuvor die belgische Region Wallonie grünes Licht für CETA gegeben. Eine Zusatzerklärung sichert der Wallonie jetzt die Möglichkeit zu, aus dem Abkommen auszusteigen. Der kanadische Premierminister Trudeau wird bereits morgen in Brüssel erwartet, um das Abkommen zu unterschreiben. Wenige Tage vor der US-Präsidentenwahl gerät die demokratische Kandidatin Clinton in der sogenannten E-Mail-Affäre wieder unter Druck. Das FBI prüft nach dem Auftauchen neuer Nachrichten, ob sich Clinton im Umgang mit geheimen Informationen falsch verhalten hat. Bei früheren Ermittlungen hatte die US-Bundespolizei festgestellt, dass Clinton als Außenministerin fahrlässig offizielle Nachrichten über ihren privaten E-Mail-Server verschickt hatte. Beweise, die ein Strafverfahren gerechtfertigt hätten, wurden dabei nicht gefunden. In der Rentenpolitik will sich Kanzlerin Merkel auch mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund beraten. Nach Informationen der Funke Mediengruppe ist für Dienstag ein Gespräch geplant. Am Abend hatten sich die Unionsspitzen getroffen, um eine gemeinsame Linie bei der Rente zu finden. Dabei ging es auch um den umstrittenen CSU-Vorschlag, die Mütterrente zu erhöhen. Heute Vormittag sollen die Beratungen fortgesetzt werden. In Island wird heute ein neues Parlament gewählt. Eine Abwahl der liberal-konservativen Regierung gilt als sicher. Nach anhaltenden Protesten im April war die Wahl um ein halbes Jahr vorgezogen worden. Hintergrund war der Rücktritt von Ministerpräsident Gunlaukson, dessen Name in den Panama Papers steht. Das Vertrauen der Isländer in die Politik gilt bereits seit dem Zusammenbruch der nationalen Banken 2008 als erschüttert. Bundestrainer Löw soll die Fußballnationalmannschaft offenbar auch bei der nächsten Europameisterschaft in vier Jahren betreuen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, haben sich Löw und der DFB auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Die Entscheidung werde am Montag offiziell verkündet. Löws bisheriger Vertrag läuft nach der WM 2018 in Russland aus. Das Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga endete ohne Sieger und ohne Tor. Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt trennten sich 0 zu 0. Für Gladbach war es bereits das vierte sieglose Bundesligaspiel in Serie. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020